Hallo und damit herzlich willkommen zurück beim Tussi Let's Play! Hey, Angreifer oder Verteidiger? Heute haben wir einen Special Guest dabei! Möchtest du angreifen? Obwohl ich verteidige... Ach, das ist so schwer. Blau oder Rot? Also ich hab... Rot ist Angreifen und Blau ist Verteidigen. Lass mal angreifen. Ja. Rot war das, ne? Rot, blöd. Ist auch nicht so viel in der Schlange, von daher kommen wir da wahrscheinlich rein. Warum? Warum wollen alle Defenders sein? Vielleicht ist das leichter. Ja. Wir haben es ja noch nie gespielt. Scheiße. Ne, bestimmt nicht voll falsch. Ich hab nen Ghoul genommen. Einen Untoten. Ich überlege noch. Ja, du musst ja den Ghoul nehmen, ne? Also wir brauchen 100 Spieler, bis das losgeht. 100? Aber wir haben ja schon 50. Warum ist da ein Ender Dragon? Ja. Hat ihn wahrscheinlich jemand gerufen. Ja. Da guck, da reitet doch einer drauf. So, heute tross ihr den Weg. Aber ich glaub ich weiß, welches Spiel das ist. Wir sind die Zombies und einige müssen weglaufen uns. Und wenn wir die fangen, sind die auch Zombies. Ja. Das wird voll toll. Und wir haben sie noch umgepackt. Aber guck mal, wir haben sogar heute männliche Begleitung. Hier ist der Nox. Hallo. Ich seh den gar nicht. Wo ist der da? Ich kann auch lauter sprechen. Aber mit meinem Hals. Nein, ich will dich ja nur sehen. Ich will dich ja nicht hören. Nein, ich will dich gut machen. Ich hab das Bedürfnis aus der Mitte raus zu gehen. Ich auch. Auszubrechen? Ja. Na voll wieder. Brechen. Wo bist du? Tot. Wer? Den Nox. Der Nox sehen wie redig sie. Der Nox sehe ich nicht. Ja, da. Warte, schnell. Warne ich vielleicht zum festen Bloch. Kann man auf dich drauf springen? Ja. Geil. Bum 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 RAAAIN! 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 Ja, Hauptsache, alle gehen über die Brücke, nur ich gehe durchs Wasser. Ich aber auch! Willst man respawnen? Oh, die haben alle Bögen, die Ersche! Ne, ich glaub nicht, weil das ist, äh... Hä? Wir müssen bis zum Sonnenaufgang, müssen alle besiegt sein. Wie können wir das voll denn öffnen? Ja, wie kommt man denn da rein? RAAAIN! Ja, ich bin gleich tot. Ich muss hier mal kurz warten. Ja, ich hab auch... Oh, ich bin tot. Aber ich bin respawned. Hier mit unfassbaren... 6 FPS. Geh weg von den, äh... ähm... von den... Bogenschützen. Oh, hier oben ist ein Tor. Hier ist ein Tor offen. Wo ist oben ein Tor offen? Ja, hier ist ein Tor offen, an der Seite. Oh, ich hab einen umgebracht, glaub ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier geht alles so schnell. RAAAIN! Ich stürme die Burg! Oh mein Gott! Wir müssen bis zum Sonnenaufgang alle getötet werden. Sonst sterben wir. Oh, ich bin gestorben. RAAAIN! Nein! Das Tor ist offen! Das Haupttor ist offen! Das Haupttor ist auch offen. Gut, dann geh ich da mal hin. RAAAIN! Ach, man wird wiedergeboren? Ja, ja. Ich bin ja schon dreimal gestorben. Ach, wahrscheinlich bis zum Sonnenaufgang. Aber die Defender werden nicht wiedergeboren. Nicht? Oh, das find ich aber toll. Gut, dass wir in diesem Team hier sind. Ja. Ah, toll. Hätte ich das schon gewusst, dass ich hier auskomme. Hätte ich das schon gewusst, dass ich hier auskomme. Alter! Wie willst du zu den Bohrenschützen kommen? Ich bin einfach auf den Weg. Tony, ich bin hinter dir! Hi Tony! Alter, diese verkackten... Uff! Ey, die haben auf einmal... Boah! Triple Kill. Nein! Wir müssen da hoch. Ach, man kann hier das TNT... Liegt hier TNT rum? We need to rush through the fences. Ja, we need to rush through the fences. Ich hasse dieses Wort. Da war einer. Oh, ein Hund. Ja, ich hab'n Hund gehört. Es gibt ein englisches Wort, das ich hier aussprechen kann. Da ist ein Hund. Usually... 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 Boah, ich bin... Normalerweise. Ich kann das nicht aussprechen, es geht nicht. Usually. Nein, kann ich nicht. Bei uns in der Schule haben viele Probleme mit Health Insurance Card. Health Insurance Card? Das geht doch. Ja, aber die sagen immer Insurance Card. Weil die nicht milken können oder so. Da reg' ich mich immer auf, weißt? Ich bin total unterfordert bei dem Kack. So. Boah, warum sterb' ich so schnell? Health Insurance Card. Ja, du Wolf. Oh nein, das ist ja nicht klar da auf. Warum sterb' ich denn? Da war das langweilig. Echt? Nein, ich bring' dich um. Nein. Oh, hier ist einer auf dem Pferd. Ich sterbe voll schnell, ne? Das was Pferd umbringt. Na, wer grad mich denn an? Voll am lecken, ist egal. Boah, ich bin voll weit hinten. Ui! 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 Wow! Ich war voll weit hinten. Ui! Ui! Mach'n ordentlich Damage. Alter! Wie kann ich einfach so schnell sterben? Du könntest nicht. Wie kompetent wär' einfach sind. Wir machen jetzt weiter, ja? Bis zum Schluss. Ja, bis die Sonne aufgeht. Dann müssen wir gewonnen haben. Sonst sind wir eh tot. Hallo? 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 Ich bin immer weitergekommen. Ich bin immer weitergekommen. Der King wird aber schon angegriffen, ne? Guck mal. Hier, äh... King, hör' ich genau. Ordentlich sogar. Ich bin noch nicht beim King, aber... Und... Der King ist tot! Wir haben gewonnen! Ui! Aber das Spiel war ziemlich am Lenken. Ja. Kille zu Manny! Achtung! Okay, guck wer hattet Pfannen! Wow! Ui! Ui!